Dort ist sie in der Backstelze. Jetzt habe ich sie entdeckt. Jetzt gehört man sie. Wir reden am 22.03. 2022. Jetzt geht sie dort ums Feld. Jetzt sieht man sie hinterfliegen. Also die Backstelze ist überall. Ich sehe sie überall wo ich hingehe. Jetzt habe ich sie ein paar Mal gehört. Wo ich dahinter gelaufen bin. Jetzt habe ich sie auch entdeckt. Oder gesehen. Da ist sie. Im Feld aussen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie noch näher kommt. Aber sie ist dort gekommen. Ich gehe wieder raus. Falls sie näher kommt, würde ich sie noch aufnehmen. In der Brunnen habe ich sie auch vorhin gesehen. Ich habe sie sogar aufgenommen. Und jetzt hier nochmal. Vorne sieht man nochmal das Balzverhalten von dem Hauptdach. Jetzt geht es nicht lange. Da kommt sie eigentlich davon aus dem Wasser aushalten. Da kommt sie auf dem Wasser. Da kommt sie einfach aus dem Wasser. Und das ist ja auch so. Da kommt sie dann auf dem Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020